Das ist das Modell Matrix von Willi Schillig in einem wunderschönen, widerstandsfähigen Stoff. Sehr bodenfrei, großzügig, eine Seite komplett offen, auch nicht durch eine Lehne. Es ist wie ein Longchair, nur bis zum Außen mit Rückenlehnen versehen. Vielleicht ein ideales Stück für Ihr Zuhause. Die Bodenfreiheit, ich nehme sie mal mit. Die Bodenfreiheit erlaubt die Haltung von maschinellen Saugrobotern. Und die Pflege dieses wunderschönen Stoffes, einfach, feuchter Lappen, kein Problem. Ja, ein ideales Stück. Sie können auch eine Kopfstütze hier noch einfügen. Ja, Sie sehen, dieser, ja, kriegt man das vielleicht noch besser hin. So, ja. Das ist ein wunderschöner Stoff. Rufen Sie an oder klicken einfach. Ja. Klick. Das ist ein wunderschöner Stoff. Vielen Dank.